Kevin, keine Sorge, ein Kubus ist austauschbar. Nein, es war halt nicht, das war der ultra-coole Begleiterkubus, der ungefähr eine halbe Stunde mit dir rumgerannt ist, der dir so viel geholfen hat, das war mein ultimativer Freund. Nimm erstmal einen Pochel-Pizze und beruhig dich. Willkommen zurück im Forschungszentrum für menschliche Testsubjekte des Computer Intelligence Training and Enrichment Center. Hä, was, wieso lacht ihr jetzt? Da müssen wir hin. Ja, und? Hilfe! Fuck! Wie kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test. Ist ja gut. Tja. Hast du den Entity-Dingster-Boomster gehört in ihrer Stimme? Alter, wie ich keine Wörter kann. Da müssen wir hin. Komm, Kevin. Ja, ich überlebe nur gerade. Du bist in der falschen Kammer. Ach nee. Sagt der, der die ganze Zeit auch immer zu mir hin gerannt hat. Ich will jetzt einfach nur demonstrieren, wie nervig das ist. Ich bin der Aufnehmer, das darfst du bei mir nicht machen. Ich glaube gar nicht, du könntest dir alle Rechte mehr für dich behaupten oder so. Meine Grammatik ist viel besser als deine. Ich bin überhaupt nicht müde. Merkt man überhaupt nicht, weil wir sagen immer weniger und 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 immer weniger. Dürfte doch reichen für dich, oder? Hey, was denn? Ich hab Portale gesetzt. Ah. Voll Intelligent, sagst du. Könntest du mich jetzt mitnehmen? Nö. Hey, wie denn bitte? Ja, du sitzt. Ach so. Nup, nup. Spring. Hallo. Ich will auf den Orangen. Was? Schluss jetzt. Ursprünglich erfassten diese Kameras Momente höllischer Schmerzen und Qualen von Testsubjekten. Wenn die Testsubjekte überlebt haben, konnten sie die Fotos für 5 Dollar kaufen. Starten sie, erlösen die Bilder, die Bilder, die Bilder, die Fotos waren nicht so beliebt. Also erhielten die Kameras einen neuen Zweck. Kannst du mir mal ein Portal bauen nach oben? Da musst du hin. Darf ich springen? Da musst du hin. Darf ich springen? Ja. Ja, ich darf springen. Daneben gefallen. Da. Weißt du, wo du noch hin musst? Da. Reicht das? Wo muss ich hin? Hier reinspringen. Danke. Ja, wenn du mir das Portal nicht setzt. Hast du da oben schon den Knopf gedrückt? Nö. Bin einfach nur raufgegangen, weil da war kein Knopf, nur so eine Druckplatte. Gut, dann muss ich da mal grad hoch. Moment. Dann muss ich grad mal da hoch. Dann setz mir mal die Fläche. Warte mal. Da oben dran und da oben dran. Ja, dann muss ich hier wieder runter, oder? Ja. Geht ja nicht anders. Ich kann nicht die Gesetze der Optik brechen. Gut. Muss halt mal ordentlich. Gut, dann geb ich dir. Dann geh du mal da hoch. Also durch mein dunkelblaues. Setzt dein rotes hier gegenüber drauf. Genau, dahin, wo ich springe. Ja, passt schon. Und dann, äh... Nein, 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 rotes... Ach so, doch, du kannst da direkt hinspringen, stimmt. Ich lasse Jonathan die ganze Arbeit da machen und unterstütze ihn lediglich ein bisschen. Ja. Unfall. Jetzt ein bisschen komplizierter gemacht. Alter, du gehst gleich Kollaborarer, Dingster, Pumpster, Punkte. Bis zur nächsten Aufnahme muss ich unbedingt mal mehr merken, wie man das ausspricht. Kollaborationspunkte? Kollaborarer, Tea. Kollaborationspunkte. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Ach ja, du meine Güte. Ich würde sagen, wir hören die Aufnahme auf, weil ich schlaf hier gerade ein. Ach, jetzt wo du gerade ein bisschen spaßig wirst, wo du gar nicht spannend wirst, mit zu aufhören. Was ist mit Wann fändest du? Ich starbe hier nur noch vor, mich. Erschossen, erschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ja, dann hör mal auf, dann würde ich sagen, Thank you for watching und bis zum nächsten Mal. Bis denn, euer Typh Go. Hallo und herzlich willkommen. Und Kevin redet mir natürlich wieder rein, da wäre ich fast runtergefallen. Okay, wo müssen wir denn jetzt sind? Hier war man stehen geblieben, oder? Ja, ich tapp auch mal jetzt wieder rein. Sehr gut. Wo waren wir denn? Hast du das gemerkt? Ja, wo bin ich? Ja, wir waren in Welt 2, oder? Welt 2, Level 2, glaube ich. Ich habe Welt 2, Level 2 eingestellt. Wo bist denn du denn schon? Ja, ich bin schon da. Ich warte auf dich. Ja, cool. Schon alles eingestellt. Ja, cool, schon alles eingestellt. Jawohl! Hast du für mein TeamSpeak gemütet? Ja, habe ich. Natürlich. Das ist cool. Im Vergleich zu Corby bin ich ja professionell. Oh, du bist professionell? Ja. Ich bin auch, wenn ich groß bin, werde ich auch mal Professor. Ach so, okay. Hey, die Seminararbeit ist vorbei. Ich kann endlich mal wieder ein bisschen Spiele spielen und mich um Typho kümmern. And so on. Zum Beispiel kommt heute, am Dienstag, den 12. November, also am Tag der Aufnahme. Ja, ich weiß. Das Video kam sehr spät. Dafür raus, dass es schon am 12. aufgenommen wurde. Übrigens im Jahr 2013. Ja, wir waren in dem Level. Alter, hör auf. So, erst mal gedemütigt. Macht denn da Kaif-Arm da eigentlich? Ach, der baut noch. Thomas, ich habe ein Portal gebaut. Toll. Jetzt kannst du reinspringen. Nee, du springst rein. Ich habe aber keine Lust. Ja, dann musst du mir ein Portal bauen. Ja, wollte ich ja. Ach ja, guck mal, liebe Zuschauer. Epilepsie bitte ausscheiden. Also, jemand, der anfällig ist für... Aua. Bist sehr nett, Kevin. Ich bin gleich nicht mehr. War das nötig? War das nötig? War das nötig? Okay, baut du mal. Ich wollte einfach diese Wand machen. Von welches man sich versetzen muss, hält man? Ne, dunkelblaue. Oh, flug ist es ja lustig. Ja, ganz so noch nicht. Weil, was machst du da? Du hast du die Portale weggemacht. Ich habe kein einziges Portal umgesetzt. Geh da wieder rein. Keine Ahnung, warum der das Portal weggesetzt hat. Siehste, so macht man das. Und jetzt machst du mir das Gleiche bitte auch noch. Nö. Ja, treffen müsste man halt können. Muss übrigens ein Knopf treffen, bevor du mich losschickst. Okay, ich drück dann schon mal dich, die Knopf. Und losschicken! Alter. Ich verlieg grad, welches Portal ich nicht mache. Hey! Moment, Moment, Moment. Seid ihr defekt? Sieht aus wie eine Funktionsstellung. Jedes Versagen erinnert mich daran, wie es einst war. Doch da seid ihr, wieder da. Ganz, dass ihnen nichts geschehen. Was war denn das für bitte ein Gedicht, liebe Kledos? Laconius spielte Lord of the Rings. Das war irgendwo dabei, in irgendeinem Humble Bundle, oder? Ja, in dem wir jetzt hier im One haben, also Humble Bundle. Ah ja, geil, dann hab ich das hier auch, oder? Ja, da du ja Rollenspieler bist. Ja, nee, mach ich nicht. Hab ich eigentlich nur wegen dem Multiplayer für Corby gekauft. Ach, ich hab's, ich hab nur den anderen Rest, den Corby nicht wollte. Also die beiden Batman-Teil und Skribbelnauts. Skribbelnauts! Naja, wenn der Typ hier nicht warten kann. Das ist saulustig. Sau lustig. Ach, hilf, ich schlag mir erstmal professionell ans Mikro. Ich bin ein Würfel. Ich spring mal. Hey, guck mal. Machst du das? Ja. Wartet. Hey! Hey! Mach. Dann geh ich halt rein. Wo muss ich dich jetzt eigentlich hinschicken? Aber du bist so schlecht. Äh, mal ernsthaft, wo muss ich dich hinschicken? Gibt's ja eigentlich auch wieder das 8000-Meter-Archievement. Ach, jetzt weiß ich, wo ich dich hinschicken muss. Ah, das war aber auch nötig. Hol den Ball. Ich darf ihn aber sagen. Warst leider nicht schnell genug, Kevin. Du hast keine Option auf den Tod. Und das soll Wissenschaft sein. Du bist so schlecht. Mach ihn. Ups, jetzt bin ich durch. Lalalalalalalalalalalalalala, hellblau muss ich wieder umsetzen. Könntest du zunächst einmal die Portale auch so machen, dass man ordentlich durchfallen kann? Ja, kann man doch. Ja, ich bin dreimal stecken geblieben. Oh, ja, ja, ja. Komm, bock, hätte. So zwei, wieder runter. Nein, nicht da durchgehen. Hihihihi. Ich weiß. Sieg hat, war aber viel zu lustig. Nicht da durchgehen. Give me the ball. Ha. So, jetzt gehst du, oder, das kann ich eigentlich auch selber machen, da du ja zu inkompetent bist. So, komm, sag der, der mich runterwirft. Das war ja nicht inkompetent, das war ja lustig. Achso, wenn du einen Fühler machst, das ist lustig. Alter, jetzt lass den Ball da liegen. So, jetzt nimm ihn weg. Wollten auch mal nehmen. Nö. Tür schließt sich und Demontage. Jawohl. Ach, übrigens, ich hab ja, glaube ich, mein letzter Advent von Portal 1 gemacht, oder? Kann das sein? Ja, doch, hab ich. Und jetzt spiele ich Portal 2. Wer hätte gedacht, dass es so kommen wird? Ich. Äh, okay. Ach, ja. Ja, ja, wir mussten ja hier wieder ewig warten auf den Kevin, bis er endlich zur Aufnahme kann. Und dann mussten wir noch ein bisschen auf mich warten. Äh, Moment, der Minecraft-Server sollte laufen. Sekunde. Aber keine Sorge, ihr führt. Was machst du da? Ach, du hast das verhindert. Los, dich. Ja, komm mal hier hinten hin. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Tick mich einfach durch. Das ist jetzt leicht schwer. Du musst hier gleich hochdrücken und direkt wieder neu drücken, okay? Was? Nö. Drücken und gleich kommst du noch mal raus, noch mal drücken. Ja, ich weiß, das habe ich schon mal mit dir gemacht. Wieso kommen da so viele Bälle raus? Die Test beginnt in drei, zwei, eins. Leif. 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 Komm schon, schon, klären wir Kevin. Wir werfen, ich werfe den Ball zu. Schon, schon, klären. Ich bin mitgenommen. Oh. Ja, kurzzeitig beide, warte, wenn du von meiner Sicht siehst, werde raus gewesen. Ja, ich bin mitmelden. Ich versuche, dass du nicht lustig bist. Boah, komm, komm. Boah, ich schuls mich hier voll rum. Ja, ich bin viel besser als du. Ich darf jetzt in einem rau, 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 rau. Ich habe natürlich gewonnen. Ich habe gewonnen. Nichts. Nur wird das letzte Pläd. Nichts. 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 Los, mach weiter. Junge. Als ob wir nicht eh schon viel zu kurz für die Level brauchen wird. Aber das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Hahah. Nachher werden wir eine Folge pro Level brauchen oder ein Level pro Folge.